Willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic, oh ich hasse diese Flieger. Irgendwie sollen wir jetzt über den Sith Rune meditieren. Du hast den roten Akuliten die Rune abgenommen, finde jetzt den alten Bogengang in der Höhle der Schatten tief im Dschungel. Meditiere dann in der richtigen Reihenfolge über die Rune, um ein Sith Artefakt aufzuholen. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie ich die eingesammelt habe. Deswegen, ja. Habe ich mir jetzt am Handy mal kurz was aufgemacht und ordne die mal ganz kurz so an, wie es in der Quest stand. Es ist keine Komplettlösung. Es ist einfach nur, wie ich die in der Quest holen musste. So, so stand das da und jetzt müssen wir erstmal den Eingang finden. Der Eingang ist direkt dort, wow. Das heißt, einmal durch dieses, lenkt mich, ganze Gebiet. Das ist eine Level 18 NPC. Warte mal, ich bin auf Level 17 runtergesetzt. Wie soll ich denn die besiegen? Ähm, ja, no. Kann ich hier unten im Wasser langschleichen, das ein bisschen umgehen? Wäre halt nicht schlecht. Oh, was liegt denn hier? Irgendein Aluminium-Dingsbumsbehälter. Irgendwer hat ein paar riesige Felsbrocken verloren. Ähm, nein. Da ist die Höhle. Ja, komm, die kriege ich mal noch clean gehauen hier. Ja. Ja, na. Das war's für heute. Das war's für heute. Geronimo, würde ich sagen. Das war's für heute. Ähm, 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 hallo? Ruhe. Eins. Okay, das war nicht die richtige Rune. Okay, dann geht es los mit... Macht. Auch nicht. Okay, eins. Durchs Leidenschaft. Dann müsste Macht kommen. Nein. Durchs Leidenschaft erlangen wir Stärke. Genau. Durch Stärke erlangen wir den Sieg. Nein, okay. Dann durch Stärke erhalten wir Macht. Durch Macht erlangen wir den Sieg. Und durch den Sieg erlangen wir die Freiheit. Hä? Leck dich fett! Ist das viel groß. Aber der geht noch. Oder? Oh. Das war's. Wasch! Ja! Ich habe noch eine Dienstmedaille. Ja gut. Das haben wir gemacht, würde ich sagen. Reise zur Imperialen Flotte. Intro. Intro. Die Hammerstation. Achso, das war Malgus. Ähm. Besiege Leute. Besiege die Begehren, Schüler und Akolyten. Die Vermissten Kampfsoldaten. Ja gut. Gibt es hier eigentlich noch was? Nö, schade. Schade, schade Schokolade. Ich dachte, da gibt es noch was. Dann müssen wir jetzt dort hin. Das heißt eigentlich einmal da lang. Kann man doch bestimmt ein bisschen rumtricksen. Was? Sag ich doch. Los, komm, lass mich hier hoch. He he. Ähm. nach da unten. Fett. Ey, diese Fliege. Ganz echt. Diese Fliege. Die kotzt mich grad an. Fett. Fett. Wo bist du? Ähm. Hä? Wo ist die? Die hat mich alleine hingelassen, die Saal. Da ist er. Ach du. Nein. Ach komm. Ähm. Ach. 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 Was habt ihr davon, wenn ihr euch mit mir anlegt? Dr. Pummel... Was? Dr. Pummel-Tarkus. Ähm... Bin ich da jetzt richtig? Fast. Ich muss eigentlich mehr in die Richtung. Alter, ich bin da nur. Alter, ich bin da nur. Alter, ich bin da nur. Ich bin da nur. Was ist denn das? Ja komm, wir gehen erst mal zum Medi-Center zurück. Aber was ist das? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Legen Sie voll. Alter Schwede! Fett, ich hab wieder was für dich. 52 Rüstung. 95 Rüstung, bitte. 95 Rüstung. Das da, bitte. Benötigen Sie medizinische Hilfe. Ich brauche was anderes. Legen Sie voll. So. Ähm. So, wo sind wir jetzt gelandet? Ach da. Na ja dann. Äh. Patrouillentrui Level 13. Aber kann es sein, dass ich hier richtig bin? Wir kämpfen einfach mal. Wir kämpfen einfach mal. Scheint bin ich hier richtig. Ja. Ja. Gratern. Und. Hä? Moment mal. Ja doch, ich bin richtig. Da sind wir also richtig. Da sind wir also richtig. Wir laufen hier. Ja. Ja. Wir laufen hier. Mhm. Ja! Komm her! Ich hatte Kuchen, du Arsch! Was ein Arschloch, hat er mich versucht anzukurkeln? So geht's auch. Ich muss da hoch. Ah, da ist der Engang. Hier ist der Eingang. Ähm, da muss ich hin. Da geht's weiter. Und da keine Ahnung. Da geht's besser. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Äh, hallo? Darf ich dich bitte looten? Ne? Anscheinend nicht. Ah, hier. Ähm, Palim, Palim. Hä? Ähm. Und was soll ich jetzt hier genau machen? Ach, vermisste Kampfsoldaten. Hä? Du willst mich doch gerade verarschen hier, oder? Ja. Ah, hier. Autorisierung, Autorisierung, Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Was geschieht hier? Kommt ihr von Lord Grathan? Seid ihr ein Einbringling? Identifizierung nicht möglich. Ich suche die Leute, die Grathan entführt hat. Ich bin... Ich bin ein Soldat. Ich bin... System kann nicht stoppen. Neuzuweisung der Prioritäten. Ich bin Fenrich Tolber-Schan. In der Regale Militärdienst Nummer 218A697, bitte schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Ich muss erfahren, was passiert ist. Grathan's Leute nahmen uns gefangen. Für Experimente. Die Wissenschaftler boten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung. Identifizierung, Modell OHK 99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz. Verbesserte Kampftaktiken. Meine Leiche liegt dort drüben. Ich kann sie sehen. Kann ich etwas tun? Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden. Nicht ungehorsam sein. Aber sie denken. Sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole. Bitte, bitte. Ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Mach, dass die Schmerzen aufhören. Okay. Interessantes Experiment. Ah, du Arsch. Ich würde damit hochfahren. Stopp mal, hä? Ja, Fahrstuhl fahren. Fett. Komm mit. Äh, hier lang. Hättest du dich nie auf diesen verrückten Wissenschaftler eingelassen. Es tut mir leid, ne? Aber ich muss jetzt die helle Seite wählen. Ging nicht anders. Es ging nicht anders. Zeigst du mir mal bitte meine helle Punkte Seite. Hell 100. Ja gut, ich bin immer noch dunkler jetzt genug. Schon besser. Das tut mir zwar im Herzen weh, dass ich die helle Seite gewählt hab. Aber es geht nicht anders. So, und jetzt? Muss ich ja noch die Soldaten finden, ne? Die da drüben bestimmt drinne sind. Die da drüben ist. Nein. Das tut mir nicht. Nein. Das tut mir nicht. Das tut mir ist immer noch so. Ja. Die da drüben ist. Das tut mir ist. Oh, in der drüben ist. Leck mich fett, was macht der hier? ähm hä? oh oh, ich hab die Quest schon lange fertig ja gut, dann war's das mit der Folge ne? Und in der nächsten kommen wir dann mal zurück und gehen mit ein paar Quests ab, würde ich sagen